Zeit für einen Ritt auf den Wellen. Das ist der Pummelschnauber, der an der Rinde kaut. Nachdem er das Bein von Steinalt gemampft hat, ist er wohl auf den Geschmack gekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Entfessle die Quaker. Ist das nicht süß? Ein Übergroßer, der mit Quakern spielt. Spürst du das? Es weht ein frischer Wind. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Spürst du das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020